Grüße euch, Paraguay Live! Wie immer, ich bin der Pete und liebe Grüße von Paraguay nach Deutschland, Europa, Kanada, USA oder wo auch immer ihr seid. Heute zeige ich euch eine Immobilie und zwar ein Einfamilienhaus, was sich auch hier in Piribabui, also in unserer Stadt, befindet. Gute, zentrale, aber ruhige Lage, das Grundstück ungefähr 800 Quadratmeter und ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück, eine gebrauchte Immobilie, die ungefähr 12 Meter auf 15, also die Fläche hat, inklusive Terrassen. Tolles Haus, wirklich tolle Lage und die Familie will das Haus aus familiären Gründen verkaufen. Will ich hier nicht öffentlich darüber reden, aber es ist auf jeden Fall ein Top-Eingebot. Also, falls euch das interessiert, ein fertiges Haus im Prinzip, es bleiben noch einige Möbel drin, man kann darüber reden, ihr kommt einfach rein, bezahlt das, geht mal zum Notar, einfach, ein Pass, ist absolut ausreichend, man geht rein, bezahlt das Geld und zieht ein. Okay, also schaut euch das an, falls euch das interessiert. Bis dann. Okay, also schaut euch das. Okay, also schaut euch das. Okay, also schaut euch das. Und dahinter ist direkt das Haus, sieht ihr, also direkt am Fluss gelegen. Super Lage. Und es hat euch gut gefallen. Wenn ja, einfach, ich gehe mal ein bisschen in die Sonne, genau. Wenn ja, einfach in den Kommentaren schreiben, ihr habt auch Links, meine Kontaktdaten. Also bitte schnell in Verbindung setzen, am besten telefonisch oder per WhatsApp oder auch per E-Mail ist es überhaupt kein Problem. Die Familie möchte das Haus. Die Familie möchte das Haus also wirklich schnellstens veräußern. Also, meine Ansicht nach, wenn jemand das nötige Geld hat und auf jeden Fall nach Paraguay umziehen will und möchte nicht mit dem Neubau, ich sage mal drei, vier Monate warten, ist das wirklich eine gute Gelegenheit. Also, ich kann euch nur einladen, nehmt Kontakt mit mir auf, wie gesagt, per E-Mail oder per Telefon. Und, wir sehen uns beim nächsten Video, bitte nicht vergessen, falls euch das Haus gefahren habt oder ihr möchtet weitere Immobilien von mir angezeigt bekommen, ein paar Daumen nach oben und drunter in den Kommentaren bitte aufschreiben, was euch interessiert. Nach Möglichkeit, wirklich nach Möglichkeiten, werde ich natürlich auch weitere Videos über Immobilien, beziehungsweise auch gebrauchte Immobilien drehen. Okay, also, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!